Far Cry New Dawn Ich muss mal gucken, ob ich die Schrotze wieder dabei habe Aber ich Ich habe diesmal leider auch keine Erste Hilfe Packs Ist auch schon langsam dunkel geworden Eieiei, bin mal gespannt Spannend bin ich natürlich auch auf die Belohnung, die es dann gibt Die halten auf jeden Fall mehr aus Hier geht es wieder gut ab Verstärkung ist auch schon unterwegs Hey, hier geblieben Wow Ist auch einer mit Schrotze unterwegs Zwei sogar Alter So, wo ist die Verstärkung? Okay Wow Da müssen wir aber jetzt mal ganz dringend los erstmal Die machen mir hier gerade ein bisschen zu viel Action Ich muss mal gucken, dass ich mich schnell mal regeneriere Wow Wow Haben wir es geschafft? Wunderschön Wow Guckt euch mal den Handschuh an Alter, welcher Cyborg ist er Die Schrauberbude ist mal wieder befreit Auf Stufe 2 Ein drittes Mal wird es auch noch geben Wollen wir mal gucken, wann war die dritte Oh, 200 mal Ethanol Sehr schön Wollen wir mal gucken, wann das dritte Mal dran ist Da bin ich auch schon sehr gespannt Was es da an Ethanol schönes gibt Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht beim Zuschauen Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder In der nächsten Folge von Far Cry New Dawn Wenn euch der ganze Scheiße gefällt Lasst gerne einen Daumen nach oben da Ich werde auf jeden Fall eine ganze Menge Far Cry Content bringen Ich bedanke mich noch einmal fürs Zuschauen Euer Stefan Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Invisible 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 Untertitelung des ZDF, 2020